Hallo ihr Lieben, das ist Amt Schema, Partner, Beziehungscoach und Psychologe und heute haben wir mal wieder eine feinie, feinie, ich rede schon so wie mit meinem Hund hier, Dating-Mail und es ist auch gerade kalt hier in der Wohnung, aber das kennt ihr bestimmt auch, dass man immer so spät heizt und ich glaube, es geht mal wieder so ums Thema, ja, dass da nicht so richtig Drive drin ist, kein Commitment und so an so einem wichtigen Tag wie Silvester, glaube ich, hier nicht, klappt alles mögliche nicht und ja, hören wir mal rein und wenn du auch solche Fragen stellen willst, geht am besten über ein Formular auf liebeschipp.de. Hallo Christian, ich höre deine Folgen bei Spotify und, also wer das nicht weiß, meine Sachen kommen ja auch als Podcast raus, das ist mehr oder weniger identisch mit den Videos, ja, Spotify, Apple Podcast, ich glaube auch Deezer ist es auch und man wird es kaum glauben, aber inzwischen habe ich da auch bald die Millionen Podcast Downloads voll, also zuletzt war ich auf jeden Fall bei 960.000 oder sowas, ja, also vielen Dank dafür, für alle, die da hören. Genau, zurück zur E-Mail. Ich bin noch nicht alle deine Folgen durch, aber ich bin schon verzweifelt und traurig, hätte gerne eine Einschätzung zu meinem Thema. Ich heiße immer Truschka und bin Anfang 40, hatte fast 20 Jahre mit meinem, war ich mit meinem Ex-Mann zusammen und habe zwei Kinder. Aber warum die Kinder geht es dir nicht? Ich bin seit einem Jahr mit meinem Freund zusammen, haben wir uns über Tinder, Tinder, meine Lieblingsapp, kennengelernt. Die erste Zeit war wunderschön, doch schon bald habe ich gemerkt, dass er ganz schnell überfordert und gestresst war. Er hat immer entschieden, wann wir uns sehen, ohne das mit mir abzusprechen. Ja gut, das kann er natürlich nur, wenn du dem zustimmst, ne, ist immer wichtig, sich nicht zu sehr zum Opfer zu machen. Nein, du kannst ja auch Nein sagen, ne. Wenn ich mit ihm was planen wollte, ging das meistens in die Hose, da er dann wieder dich gemacht hat und alles geblockt hat. Ja, also wie ich immer sage, typische, ist immer wie eine absolut, ja, knallharte, frustrierende, ungleichgewichtige Beziehung, wo eigentlich nie was daraus kommt. Weil offensichtlich ist er nicht erst nicht richtig an Bord, ne. Das kann man schon in den ersten Sätzen sehen, wenn jemand nicht richtig an Bord ist. Ich meine, das kann nach 20 Jahren mal passieren, aber wenn das, was nach ein paar Monaten schon passiert und das ist wie bergauf schwimmen, ne, sag ich immer. Ich habe mich nie getraut zu fragen, wann wir uns sehen, da ich wusste, dass es ihn unter Druck setzt, ja. Aber das habe ich heute auch noch in so einem klären Gespräch gesagt, das ist wirklich die falscheste Haltung, die man haben kann gegenüber Leuten, die so vermeidend desinteressiert, womöglich bündungsängstlich sind. Dieses immer wieder, dieses drumrum schleichen, walking on actions, nein, also nehmt den Ski bei den Hörnern und, weil das ist Co-abhängig, ne, so bloß nicht unter Druck setzen oder, also Co-abhängiges Verhalten zumindest. Sondern, äh, zu sagen, hey, sorry, das ist nicht meine Erwartung von einer Beziehung, ne, was machst du ja eigentlich, ne. Also, da könnt ihr wirklich, äh, selbstbewusster sein und, ähm, guck gerne mal bei mir, gerade läuft ja wieder Selbstliebe-Challenge-Advance, im Dezember kommt Selbstbehauptungs-Challenge raus, also da macht auch Sinn, sich da immer mal ein bisschen an sich zu arbeiten, ähm, dass man einfach selbstbewusster wird, ne, dass man einfach sagt, ey, was willst du eigentlich, ne, äh, so, das ist nicht mein Problem, könnte auch sagen, das ist nicht mein Problem, wenn ich das unter Druck setze, ne. Weiß ich nicht. Natürlich, äh, gibt's Menschen, die zu viel fordern, aber die meisten, die hier sind, sind eigentlich so, wo man eigentlich nur sagen kann, boah, ey, leg mal eine Schippe drauf, ne. Ich hab mich nie getraut zu fragen, weil wir uns sehen, da ich wusste das Sätzchen unter Druck, äh, auch aus diesem Grund hab ich Einladungen von Freunden nie angenommen. Ja, aber du hast dein ganzes Leben um ihn rumgebaut und da ist das Universum wirklich gnadenlos, weil wenn du aus so einem Mindset lebst, oh, ich darf niemand anders vergraulen. Äh, ich werd nur gewollt, wenn ich, was aus der Kindheit oft kommt, wenn ich so ganz lieb und still bin und gar nichts sage, dann sagt das Universum und so, das packen wir dir jetzt mal in se Fresse, in se Face irgendwie. Und das läuft ja meistens so, dass man nicht respektiert wird, ne, weil man keine Grenzen setzt, auch als Frau, du wirst nicht respektiert, ne, wenn du nicht sagst, sag mal, lass dich mal ordentlich behandeln, wirst du nicht respektiert. Und so sind Menschen, also die meisten Menschen nutzen es immer mehr aus dann so, ne. Äh, wir haben geplant, äh, mit meinen Freunden unser erstes Silvester zu feiern, als ich sagte, dass wir um 20 Uhr essen, war er gestresst und sagte, wir sollen schon mal anfangen und er würde später kommen. Ja, sorry, äh, ist, würde mir, würde mir schon reichen, muss ich ganz ehrlich sagen, so, ne. Äh, klar, wenn jetzt irgendwie ein Meteor in die Stadt eingeschlagen ist, ne, oder Außerirdischen haben die Autobahnen übernommen, man konnte nicht kommen oder, äh, ich weiß nicht, dass Autos explodiert, lass ich gelten, ne. Aber sowas, naja, was wird er denn machen, wenn, äh, wenn, was weiß ich, äh, hier, keine Ahnung, Konzert werfe von seiner Lieblingssängerin, würde da zu spät kommen, wahrscheinlich nicht ein Vorstellungsgespräch, nein. Es ist einfach mangelnder Respekt und, weiß ich nicht, würde schon fast sagen, keine gute Kinderstube, aber heute gibt's ja sowas nicht mehr, heute macht ja jeder, was er will und, ähm, aber trotzdem, ja, da kann man nur noch sagen, ja, scheinbar ist es ihm nicht wichtig genug, es kommt immer, letztlich kommt es immer aufs Gleiche raus, ne. Um eins, dann, sie überschrieb er mir dann, äh, dass er mir einen schönen Abend wünscht und ich mehr kommen würde. Also spätestens da würde ich sagen, alter, F-I-C-K dich, ne, und lass mich in Ruhe, ey, wirklich, das war es, du bist raus, ne. Also so, die Härte, das ist, was ich immer wieder sage, die Härte muss man haben. Manche Menschen sind zu hart, aber die bei mir sind aller Regel zu weich, ne, nicht hart genug. Und da kann man einfach nur sagen, das war's, du bist raus, du bist raus. Und dann dreht den Spieß doch mal um, wenn dann jemand wiederkommt, dann sagt ihr halt, ja, okay, wir sind ab jetzt Freundschaft plus, du hast leider versagt, aber vielleicht können wir ja nochmal ein paar schöne Abende haben, dreht den Spieß doch mal um, so, ne. Also, können wir ja noch ein paar schöne Abende haben, aber du bist raus, such mir schon mal jemanden Neues, such mir jemanden, der, ähm, ja, der, ähm, committet ist, auch was Termine angeht, so, ne. Klar, man kann mal was absagen oder so, aber nicht Silvester irgendwie, ne. Und, aber da wird schon vorher x kleinere Sachen gegeben haben, ich würde auch früher eingreifen, ne, früher mal sagen, ne, das läuft mit mir nicht. Es kann sein, dass eine Beziehung dann schneller auseinanderbricht, weil der andere einfach keinen Bock hat darauf, äh, aber, ja, wir kommen nicht weiter, wenn wir immer wieder mit niedrigen Standards durch die Welt rennen und immer wieder frustrierende Beziehungen haben, ne. Dann lieber Ende mit Schrecken, next, weiß nicht, werde ich immer wieder für kritisiert, ist mir auch scheißegal, ist es, hat bei mir im Leben funktioniert und das ist auch, was ich immer wieder vertreten werde, auch, haben viele Klienten ihren, und Klientinnen ihren Liebeschiff mit umprogrammiert, wirklich zu sagen, Universum, das ist nicht mehr, will ich nicht mehr, hab ich keinen Bock mehr drauf, ne. Weil häufig ist es natürlich auch so eine Art Wiederholung aus der Kindheit, ne, dass man schon Eltern hatte, die sich nicht an Regeln gehalten haben und so weiter, aber, naja, bringt ja nichts immer wieder, denen die Schuld zu geben, weil die sind, alle Eltern machen was falsch und es bringt nichts, wir müssen, wir müssen unser Leben in die Hand nehmen, jetzt und hier, was anderes kann man nicht machen, ne. So, er hat sein Handy ausgemacht und war nicht mehr erreichbar, ja, also spätestens, wenn ich wegen dem ersten ihn noch nicht gekickt hätte, würde ich, ich meine, du machst, was du willst, ne, also mir wird das, das wäre wirklich endgültig, weil das ist so anträgant, vor allem, wenn man noch so ein paar Verlustangsthemen hat, dass jemand zu Silvester sagt, ich komme nicht und mache das Handy aus und ist dann nicht erreichbar, das macht dann einfach fertig, wenn man da so Ansatzpunkte hat, vielleicht auch liebessüchtige Ansatzpunkte macht, dann das, das sind diese Sachen, die einen komplett fertig machen, ja. Wie man sich vorstellen kann, war man am Abend gelaufen, solche Aktionen gab es immer wieder, alle paar Wochen hat er sich ohne ein Wort zurückgezogen, mal einen Anruf von Nachrichten ignoriert, ja, warum auch immer, könnte man ja zur Schweigewandlung nennen, aber ist letztlich auch egal, aber warum macht er das? Weil er es kann, weil er es kann, weil er es kann, ich meine, es gibt Menschen, die würden sowas nie machen, ne, aber wie gesagt, Regeln hat es die Gesellschaft ja gerade nicht mehr so mit und, ja, muss man sagen, mit mir nicht und, und, äh, da brauchst du Härte, ne, weil es reicht auch nicht zu sagen, dann fahre ich nicht gut, er macht es ja immer wieder, ne, und, aber dafür ist genau mein Modul 1 da, zu gucken, äh, Umprogrammierung des Liebeschips, äh, mein meistgebuchter Kurs, äh, da zu gucken, gibt es da noch Chancen, dass ich da noch was reißen kann, oder ist es einfach, ja, sagen wir mal wieder, letzten Endes toxisch, dass jemand immer wieder sagt, ja, nächstes Mal sage ich nicht fünf Minuten früher ab und mach drei Tage mein Handy aus, äh, und macht es dann immer wieder so, ne, was, was, das, was aus meiner Sicht eindeutig toxisch ist. Mh, immer wieder bin ich auf ihn eingegangen, hab sein Verhalten damit entschuldigt, dass er gestresst ist und ihn unter Druck gesetzt habe. Nee, das sind einfach grundlegende, es ist, mir hat auch neulich jemand erzählt, dass, dass ihr Freund sie einfach nicht anrufen will, der immer nur, nee, will nur WhatsApp schreiben, das ist einfach, also jetzt, wenn sie sich auch wochenlang nicht sehen und so, also das ist scheiße, das ist einfach scheiße. Und, ich weiß gar nicht, also das, das ist auch egal, was dann jemand sagt, irgendwie, wenn du sagst, ich erwarte von dir, wenn du Silvester was ausmachen, dass du dann kommst und nicht mit irgendwelchen anderen Drecksweibern feierst, irgendwie, sorry, ich, jetzt rieche ich mich jetzt einfach mal ein bisschen auf, so, und dann, für dich, äh, das erwarte ich von dir, dann ist das nicht, du setzt mich so unter Druck, sondern du sagst einfach, das ist, schau mal, das sind normale, früher zumindest geltende Regeln des menschlichen Zusammensatzes, zumindest gelten die bei mir, bei mir im Haus gelten die, und wenn du das nicht einhältst, dann bleibt, wo der Ferre wächst, so, ne, das ist ja nicht zu viel verlangt, ne, und da kann er, wenn er sagt, du setzt mich unter Druck, ja, dann setzt dich eben unter Druck, ist mir schaffst, egal, ja, ist mir wurscht, setzt dich eben unter Druck, interessiert mich nicht, äh, das ist, wie man damit umgehen muss, so, ne, auch mit Stress hat das alles nichts zu tun, wie gesagt, wird er ein Vorstellungsgespräch verpassen, weil er gestresst ist, ja, also letzten Endes bist du einfach ein, ein, äh, unterpriorisierter Zeitvertreib, scheinbar hier, weiß ich nicht, aber frage ich dich, ist es so, ne, ist jetzt zwar ein bisschen hart, aber vielleicht auch nicht, ne, in solchen Momenten geht es mir sehr schlecht, bin am Ende und kann auch nicht mehr so richtig klar denken, äh, wenn er sich zurückzieht, sagt er mir oft, dass er auch mal zu Hause sein muss und auch mal was erledigen muss, stellt es dann immer so hin, als wenn er ständig bei mir wäre. Ja, also letzten Endes, auch jetzt ohne auf ihn rumzudreschen, könnte man auch sagen, ja, ihr habt offensichtlich sehr unterschiedliche Erwartungen in der Beziehung, so kann man es auch neutral formulieren und das überfordert einfach, äh, dein Bildungssystem, also, das kannst du, man kann es also drehen und wenn, wie immer, man kann über ihn reden, man kann über dich reden, es kommt immer das Gleiche aber raus, dass es dich einfach überfordert, dass du einfach einen Partner brauchst, der, äh, committeter ist, ne. Klar geht es einem dann schlecht, ne, weil das, das nicht das ist, was dein Bindungssystem haben will. Ich sage ja immer, man braucht einen Partner, wo das innere Kind zu Hause sein kann und das kann ich es hier nicht, ne. Vielleicht verlangst du auch manchmal zu viel, will ich jetzt nicht ausschließen, da kann man ja auch dran arbeiten, aber was du hier schreibst, sind ganz normale Sachen, ne. Er wirft mir vor, dass ich immer so gestresst sei, was meiner Meinung nach bei einer alleinerziehenden Mutter nicht so selten ist. Immerhin habe ich ein ganz anderes Leben wie mehr Verantwortung und Aufgaben wie er, da er keine Kinder hat und sich nur um sich selbst kümmern muss, wovor er schon selbst oft überfordert ist. Ja, nochmal, aber Silvesterabend nicht fünf Minuten vorher abzusagen und das Handy auszumachen, also es hat einfach mit alleinerziehend oder gestresst oder so nichts zu tun. Es ist einfach, wie ich immer sage, asoziales Verhalten. Ich kann das nicht anders nennen, ich weiß es nicht. Aber vielleicht habt ihr eine andere Meinung, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Das macht man einfach nicht, ne. Also zumindest nicht ohne, ohne irgendwie, weiß ich, vor allen Dingen mit Handy ausmachen, ey. Also wenn ich sowas machen würde, würde ich mich auf jeden Fall nie wieder bei so jemandem melden, weil ich einfach wüsste, sorry, das ist einfach, das geht auch einfach nicht und wenn mir dann meine Freiheit so wichtig ist, dann sollte ich vielleicht besser nicht in einer Beziehung sein, ne. So, Zoo ist wieder aktiv hier. Oh, ja, alles klar. So. Okay. Ähm. Das muss ich mal kurz sortieren. Wieder. So, wo waren wir stehen geblieben? Ja, und dieses immer entschuldigen, das ist so typisches, äh, Plus-Bull-Verhalten, so, ne. Muss man schon ganz klar sagen. Wir haben uns häufiger gestritten, da sehr oft über seine Ex-Freundin und eine gute Freundin, ehemals, äh, Tinder-Date, woraus sich nur eine Freundschaft entwickelt hat, redet und ich dann natürlich sehr eifersüchtig reagiere. Ja, gut, das addiert sich jetzt alles zusammen. Ich meine, wenn er wirklich sich klar verhalten würde, dann wäre es vielleicht für dich gar nicht schlimm, so, ne. Äh, seitdem wirft er mir immer wieder vor, dass es ständig Streit gibt und dass dadurch was kaputt gegangen ist. Ja, ich sag ja immer, ich würde, also wenn das Ziel wäre, auch als Plus-Bull, möglichst wenig zu streiten, sondern einfach nur ganz emotionslos zu sagen, sorry, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht, weil wenn man selber so laut wird, was total verständlich ist, aber ich sag nur, was der kürzere Weg ist, ne, ist sich gar nicht aufzuregen, sondern einfach nur Fakten, 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 ne, okay, da hast du gefällt, da hast du gefällt, da hast du gefällt, das ist unlogisch, das ist unlogisch, das ist unlogisch und sich selber nicht aufzuregen, weil erst mal sieht man selber dann klarer, wenn man sich selber nicht so aufregt und der andere kann nicht mehr wieder sagen, ach, du bist so eine Streitmaschine, wenn du nicht so streiten würdest, wäre alles, wenn du nicht so empfindlich wärst, wäre alles prima, ne. Auf meine Bitte etwas Rücksicht zu nehmen und nicht ständig über andere Frauen zu reden, ja, das geht natürlich auch nicht, ne, antwortet er nur, er hätte keine Lust ständig darüber nachzudenken, was er sagt. Ja, das ist dieses, mir ist scheißegal, ich hab mir nicht bereit, irgendwelche Kompromisse anzugehen, ich mach, was ich will, ich träg halt nicht an, ist mir alles wurscht, wie will man da eine Beziehung führen, ich weiß es nicht. Schreiz waren oft sehr heftig, teilweise spät in die Nacht, wir haben uns fast immer nur am Telefon und per WhatsApp gestritten, sehr selten, wenn wir zusammen waren, denn da war es immer sehr schön und haben die Zeit, die wir zusammen hatten, sehr genossen. Gut, also wenn jetzt die Grundlage stimmt, kann man natürlich solche Regeln anführen, wie, das wird nicht, es wird nicht gestritten über Telefon, wir warten, bis wir uns sehen, aber meiner Ansicht nach, es ist häufig auch ein Symptom, dass man das überhaupt macht, dass schon irgendwas nicht passt, so, ne, sonst würde man es, glaube ich, gar nicht machen, wer streitet sich schon gerne über WhatsApp, so, dass es immer so im Schmerzkörper ist, und jetzt muss ich das aber unbedingt noch sagen, und unbedingt das noch schreiben, und, ja, oft gibt es auch Streit, weil er noch immer bei Tinder angemeldet ist, okay, sorry, hier bin ich raus, Leute, hier bin ich raus, oh, tschüss, oh, tschüss, aber, wo sind deine fucking Standards, aber, ich, ich, was ist nicht, war, oh, Gott, ich, drehe durch gleich, er sagt, er würde da nie reinschauen, beziehungsweise er schaut rein, mit dem langweilig ist, wenn wir uns gestritten haben, aber er würde nie jemanden liken, mhm, ja, ist klar, und Weihnachtsmann bringt die Geschenke, und der Osterhase, ist der Osterhase, und, ich, ich weiß nicht, Leute, lasst euch doch nicht in solche, nieder, weiß ich, niederfrequenten Beziehungen reinziehen, wirklich, das ist, wenn jemand Tinder, auf Tinder ist, dann ist er auf Tinder, fertig, ich weiß, es gibt so ein, äh, die Katze, braucht glaube ich einen eigenen Computer, es gibt so, ähm, es gibt so, so, ähm, es gibt so eine neue Freizeitbeschäftigung rumzutindern, obwohl man in einer Beziehung ist, aber ich, ich finde sowas grundfalsch, weil, selbst wenn du niemanden suchen solltest, was ich mir kaum vorstellen kann, ähm, ja, es ist immer noch so, dass man andere Leute an der Nase rumführt, indem man so tut, als wenn man, äh, verfügbar wäre auf dem Datingmarkt, also, also du bist da einfach viel zu wenig streng, viel zu wenig, ne, alter, 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 was, die Katze doch mal auf den Schoßen, jetzt gibt's wieder böse Kommentare hier, ich mit, ich und meine Tiere hier, aber egal, so, ähm, wo bin ich mal stehen geblieben, ich habe ihn häufig gebeten, den Account zu löschen, aber das möchte er nicht, ja, aber das, das ist, was ich immer sagen würde, ich kann da zum Dealbreaker, also für mich ist das ein Dealbreaker, absoluter Dealbreaker, und da geht's nicht darum, ob er das nicht möchte, sondern es ist eine Voraussetzung, dass es weitergeht, ne, also entweder du löschtest, oder wir sind raus, was brauchen wir dafür, da drehen wir uns immer wieder rum, wenn du mal öfter meine Videos guckst, was braucht man dafür, Trennungskompetenz, ne, klar, wenn man keine, wenn man Angst hat vor Trennung, äh, ja, da gibt's immer noch ne Chance, noch ne Chance, und das ist, was ich versuche hier zu vermitteln, ihr braucht Trennungskompetenz, dass ihr sagt, ja, scheißegal, das, äh, Stern als ein Dealbreaker, ist ein Dealbreaker, bist raus, next, was, ich weiß auch nicht, was man da diskutieren soll, das ist einfach, das, das gehört sich einfach nicht, und, äh, es ist einfach, oder man sagt eben, ja, okay, ist ne offene Beziehung, ne, ist Freundschaft plus, mach was du willst, mir scheißegal, benutze ein Kondom, interessiert mich nicht, weil da muss man sich auch keine Gedanken machen, dann ist, dann ist es eben egal, jeder macht was er will, aber, weiß ich nicht, das ist, was ich, was man immer wieder sieht, ja, wir führen eine kommentische Beziehung, aber ich bin auch auf Tinder, das ist so wie, ja, ich ernähre mich vegetarisch, aber ich esse, äh, jeden Tag ein Schwein oder so, das macht für mich einfach keinen, für mich macht es keinen fucking Sinn, so, ne, äh, ich gehe sehr auf die einen ein, nehme Rücksicht, ja gut, das kommt, das muss man, glaube ich, alles nicht mehr lesen, nein, mich macht das Verhalten ziemlich fertig, ich weiß auch, dass es eine toxische Beziehung ist, ja, würde ich tatsächlich auch sagen, aber ich komme einfach nicht los von ihm, bin blind vor Liebe, er hat nämlich mit Liebe überhaupt nichts zu tun, ne, hast du einen Tipp für mich, ähm, da er ständig müde, antriebslos ist, ganz viel Ruhe braucht, und sich zu vielen Dingen nicht aufraffen kann, habe ich oft schon gedacht, dass er unter Depressionen leidet, aber das spielt ja keine Rolle, das rette mal lieber dich, als ihn so, ne, ja, äh, ja, gut, also, ich kann ja, ich meine, ich habe mein Kurssystem, das ist natürlich auch solche Beziehungssituationen ausgefeilt, unter anderem, das kann ich dir natürlich nur ans Herz legen, ansonsten, ähm, ja, wenn man, wenn das so in den Bereich geht, dass man, dass man selber wirklich nicht mehr so richtig auf die Beine kommen sollte, man natürlich, ja, immer die üblichen Sachen, Therapie, die Hausarztwenden, Beratungsstelle, je nachdem, was da so, äh, passt, manchmal empfiehlt sich auch so, ich weiß nicht, ob, äh, wenn er jetzt schon mal Erfahrung mit hat, es gibt natürlich auch diese, äh, AA-Gruppen, ne, Codependence, Anonymous zum Beispiel, ich weiß, geht mal, macht man mal nicht so gerne sowas, aber kann auch sehr hilfreich sein, das wären halt immer so die üblichen Tipps, weil da, da bleiben ist immer eine schlechte Idee und man kann tatsächlich, äh, so abhängig sein, dass man, ja, man leidet und leidet und kommt gar nicht raus, dann braucht man natürlich auch, gibt es auch Punkte, wo man externe Hilfe braucht, ist ja klar, äh, wenn das so in den Rahmen von konkreten Diagnosen geht, aber, äh, ja, verschütze ich ja eigentlich von selbst, ähm, ja, äh, aber, da bleiben, ich meine, das Leben führt uns immer in diese Sackgassen, damit wir uns weiterentwickeln, glaube ich zumindest, weil du kannst in so einer Sackgasse nicht, du kannst nicht einfach sagen, ich mach nichts, es geht nicht, es geht nicht, weil die Beziehungen werden immer schlimmer und, ähm, ja, und irgendwann hat man den Drive, rauszugehen und muss sich weiterentwickeln und das ist vielleicht das Positivste, was toxische Beziehungen zu bieten haben, also das kann ich dir jetzt schon sagen, du wirst in zwei, drei Jahren einen ganz anderen Punkt sein und, äh, ein ganz neues Level erreicht haben, ne, aber jetzt, wo du gerade bist, ist es scheiße, man ist halt wie so ein Junkie, ne, und man muss halt, ja, den Punkt erwischen, aber das kommt bei jedem zum anderen Zeitpunkt, wo man sagt, das kann es echt nicht sein und so schlimm kann die Trennung wirklich nicht sein wie diese Beziehung, das ist der Punkt, auf den man dann halt zusteuert, ne, in diesem Sinne freue mich über eure Kommentare, gerne, ähm, unterstützende Kommentare, es braucht dann auch niemand, dass man noch sagt, wieso machst du das, hoffe ich, auch alles, was ich heute gesagt habe, war wirklich einfach nur liebevoll gemeint, ich weiß, wie schwierig das ist und, äh, du hast da mein vollstes Verständnis. In diesem Sinne, wir sehen uns bald wieder, ciao, lieben. Ciao, Ciao,